Das ist der Materie Podcast. Mein Name ist Stefan Schett und heute spreche ich mit dem Journalisten Timo Künzler. Er ist Journalist und Autor, der im Frühjahr sein erstes Buch mit dem klingenden Titel Landverstand veröffentlicht hat. Darin schreibt er beliebte Mythen, die viele von uns über die Landwirtschaft glauben und beweist dabei auch Mut zum Hot Take, wenn er zum Beispiel über den Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft schreibt. Mit Timo rede ich über sein Buch, die Landwirtschaft, unser Essen und das Verhältnis, das die Österreicherinnen und Österreicher zur Wissenschaft haben. Unser Gast heute im Podcast ist der Timo Künzler, der ein Buch geschrieben hat und der sich selbst sicher sehr viel besser vorstellen kann, weil wir kennen uns ja durch die gemeinsame Zeit bei Addendum, wo du über Landwirtschafts- und sagen wir mal im weitesten Sinne Wissenschaftsthemen geschrieben hast. Und was hast du eigentlich seitdem gemacht? Was machst du jetzt so? Und vielleicht stellst du kurz dein Buch vor, über das wir jetzt in weiterer Folge auch reden werden? Ja, also ich war nach der Zeit bei Addendum ein paar Monate arbeitslos gemeldet und habe diese Zeit genutzt, um erstens mal mit meiner Freundin zusammen eine kleine Tochter zu bekommen und zweitens, um an meinem Buch zu arbeiten, das ich schon seit Addendum bzw. das ich schon bei Addendum vorgeschlagen gehabt habe. War das jetzt grammatikalisch richtig? Ich weiß nicht mehr. Ihr habt es verstanden. Jedenfalls. Und das auch bewilligt wurde, das wollten wir machen bei Addendum und dann kam ja das aus und dann habe ich aber zum Glück mithilfe der Lucia Majanovic einen anderen Verlag, also die auch bei Addendum gearbeitet hat, einen anderen Verlag gefunden, den Verlag Kremmeier und Scheriau, der sich sehr interessiert hat für mein Buchprojekt. Und das habe ich dann halt in dieser Zeit vorangetrieben und geschrieben, über andert eineinhalb Jahre und seit November bin ich jetzt beim Verein Landschaft leben in Wien bzw. Schladming und dort beschäftige ich mich auch mit allen möglichen Themen rund um Landwirtschaft. Muss aber dazu sagen, das Buch ist also völlig unabhängig davon entstanden und die Idee zum Buch trage ich auch schon, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahre mit mir mit. Und vielleicht auch ganz kurz zur Begründung. Ich habe halt, da ich als Journalist gearbeitet habe, natürlich immer auch mit Medien verfolgt und in den letzten, sage ich mal, weiß ich nicht, sieben bis zehn Jahren ist ja doch auch im Zuge dieser ganzen Klimadebatte, ist ja das Thema Landwirtschaft mehr und mehr auch in den Medien besprochen worden. Und ich habe halt auch einfach festgestellt, dass da sehr viele Informationen einfach wahnsinnig verzerrt wiedergegeben wurden und dass auch verschiedene Protagonisten da Falschinformationen streuen. Und ich wollte einfach mit dem Buch ein bisschen separieren, in was ist eigentlich richtig an dem, was da berichtet wird. Und wo kann man das wohl überhaupt nicht stehen lassen, wo braucht es einfach mehr Informationen, um sich wirklich ein fundiertes Bild machen zu können. Du schreibst in der Beschreibung zu dem Buch, also sowohl auf der Rückseite als auch auf der Website, wo einige Facts stehen, dass du mit Vorurteilen aufräumen willst über die Landwirtschaft. Was sind denn so, oder vielleicht nicht alle in einer Antwort, aber sie sind das so das Beliebteste, was der Österreicher gerne mit sich trägt. Ja, also ganz beliebt ist halt so was wie, große Bauernhöfe sind grundsätzlich klimaschädlich und schlecht in jeder Hinsicht. Kleine Bauernhöfe sind gut. Bio ist die Lösung für alles. Ich gebe es jetzt auch sehr vereinfacht wieder, aber das ist ja schon im Grunde das, was viele so unterschwellig glauben. Was habe ich noch gehabt? Ja, und Gentechnik ist natürlich in jeder Hinsicht abzulehnen. Das sind so, glaube ich, die drei Schlag oder die drei größten Vorurteile, die man so hat. Und an manchen dieser Dinge ist auch was Wahres dran, ist aber so pauschal, wie es halt teilweise wiedergegeben wird, ist es halt viel mehr falsch als richtig. Also wenn ich das sagen kann, große Bauernhöfe zum Beispiel, ja, also oder beziehungsweise Bauernhöfe generell haben immer irgendeine Wirkung auf Artenvielfalt, auf Klima. Also es gibt da, ich sage mal, unsere Lebensmittelproduktion gibt es nicht umsonst. Und ja, sie bringt negative Auswirkungen mit sich. Was aber ganz oft vergessen wird, ist, dass sie natürlich auch sehr viele positive Auswirkungen mit sich bringt, weil die Landwirtschaft produziert das, was wir zum täglichen Leben brauchen. Und das wird oft ein bisschen vergessen fast. Also da wird dann besprochen, wie viel klimaschädlich das ist und wo es möglicherweise der Artenvielfalt negativ sich auswirkt. Aber dass wir natürlich trotzdem immer irgendeine Art von Landwirtschaft brauchen, weil wir halt davon leben, das wird teilweise dann nicht mit besprochen. Und man muss aber immer beides sehen. Man muss immer die Vor- und Nachteile von verschiedenen Möglichkeiten sehen, um dann wirklich eine fundierte Aussage machen zu können. Wenn du sagst, dass diese Sachen als selbstverständlich gesehen werden, also das trifft auf mich wahrscheinlich auch zu. Also für mich ist auch relativ selbstverständlich ein großes Angebot an vor allem Fleisch, aber natürlich auch andere Produkte. Wie nimmst du diese Tierwohl-Debatte wahr? Weil mir kommt vor, dass wir jetzt im nächsten Schritt sind, so quasi diese Auswahl ist selbstverständlich. Alles ist jederzeit verfügbar. Und jetzt müssen wir natürlich auch noch verlangen, dass dabei das Tierwohl geachtet wird. Und dass zum Beispiel mit der Debatte über Vollspaltböden, dass wir immer besser werden und quasi zum Weltmeister in Sachen Tierschutz werden. Wie nimmst du diese Debatte wahr? Ich muss ganz ehrlich sagen, das Thema Tierwohl ist eins der Themen, die ich in meinem Buch nicht sehr ausführlich oder bis fast gar nicht behandelt habe. Das ist auch, wenn man so will, eine berechtigte Kritik am Buch. Das hätte einfach den Rahmen gesprengt und ich wollte einfach einen Schritt vorher erst einmal grundlegende Dinge rund um die Landwirtschaft besprechen. Aber natürlich ist Tierwohl ein wichtiges Thema, überhaupt keine Frage. Wie nehme ich das wahr? Also da gibt es natürlich auch berechtigte Kritik, das muss man auch mal dazu sagen. Also gerade wenn es um die Vollspalten bei Schweinen geht, ist es schwer, in puncto Tierwohl da was Positives zu finden. Weil natürlich wäre es für die Schweine sehr viel artgerechter. Die könnten halt auch im Freien sich bewegen und die Wiese umgraben sozusagen. Aber das ist halt sozusagen insofern unrealistisch, als dass das halt auch negative Begleiterscheinungen wieder mit hat, also mitbringt. Nehmen wir mal das andere, weil Schweine in Freilandhaltung, das gibt es halt auch so gut wie gar nicht. Was möglicherweise als Verbesserung diskutiert wird, ist zum Beispiel, wenn man in dem Stall statt an Vollspaltenboden halt auch Bereiche zumindest hat, wo Stroh eingestreut ist. Das ist natürlich, das gibt dann ein Bild, was gut ausschaut zumindest mal. Und es bringt auch Vorteile für die Schweine mit sich, weil die können sich dann beschäftigen, die können wühlen in dem Stroh und mit dem Spielen auch sozusagen. Aber auch das hat wieder Nachteile, weil zum Beispiel Stroh ist häufig mit Schimmelpilzgiften behaftet. Das ist einfach in der Natur so, wenn Gräser wachsen oder wenn Getreide wächst, dann ist das häufig auch anfällig für Schimmelpilze. Das ist dann in dem Stroh drin und dann gibt es in diesem Stall möglicherweise diese Schimmelpilzgifte in der Luft. Das ist für die Atemwege der Schweine dann wieder zum Beispiel ein Nachteil. Aber nichtsdestotrotz, da gibt es sicher Verbesserungsbedarf, aber was also, also erheblichen Verbesserungsbedarf auch. Es hat sich aber auch schon in anderen Bereichen, bei den Ländern zum Beispiel auch viel getan. Also da ist heute die Anbindehaltung, wo die Tiere das ganze Jahr über an der Kette festgemacht sind, was halt in den 60er, 70er Jahren einfach Standard war, gibt es heute fast nicht mehr, immer weniger. Da gibt es also auch Fortschritte. Aber was ich halt als Grundzusammenhang gerne zeigen möchte, ist auch, alle Verbesserungen, die wir hier in Österreich machen, laufen ja quasi ins Leere, wenn die Konsumenten dieses bessere Fleisch dann nicht kaufen. Also was nützt es den Schweinen, wenn wir hier die besten Haltungsbedingungen zum Gesetz machen würden und die Menschen dann das viel günstigere Fleisch aus, weiß ich nicht, Tschechien oder anderen Ländern kaufen würden. Also man muss solche Mechanismen halt auch immer ein bisschen mit im Fokus haben, dass man nicht so Scheinlösungen kreiert. Also überhaupt tendieren wir meines Erachtens im Bereich Landwirtschaft gerne zu Scheinlösungen. Wir wollen uns hier in Österreich oder auch EU-weit ein bisschen das grüne Mäntelchen umhängen und fragen dann gar nicht, was passiert denn dann eigentlich, wenn wir jetzt diese Gesetze so machen. Und nicht berücksichtigt wird oft, dass dann möglicherweise viel schlechtere und unsere Lebensmittel sind die sichersten und besten, die wir in der Geschichte der Menschheit haben. Aber wenn wir jetzt den Level immer weiter hoch schrauben und uns als globale Insel wahrnehmen und dann kommen aber viel mehr Importe aus Drittstaaten außerhalb der EU, dann ist ja eigentlich global nichts gewonnen. Im Gegenteil, die werden dann sogar vielleicht zu höheren Emissionen und zu schlechteren Tierwohlstandards produziert, diese Produkte. Und deswegen würde ich das als Scheinlösung bezeichnen, wenn wir denn so vorgehen würden. Ja, der Hintergrund der Frage war eh, dass, also Tierwohl und Bio hat nicht unbedingt zwingend was miteinander zu tun, weil es ja verschiedene Definitionen gibt. Und wir haben ja damals viel über Gütesiegel geredet. Aber mir kommt vor, der weit verbreitete Gedanke ist, wenn ich ein Bio-Siegel kaufe oder regional kaufe oder mit irgendeiner Öko-Zertifizierung, dann kaufe ich das quasi von den glücklichen Schweinen oder von der besten Landwirtschaft, wie man auch immer das definiert. Also vielleicht magst du generell darüber was sagen, was es mit Bio auf sich hat oder wie viele Erwartungen der KonsumentInnen auf ihr Essen wirklich wahr sind und was jetzt eigentlich eher Klischee ist. Also gerade beim Bio-Fleisch sieht man, das hat tatsächlich höhere Standards insofern, als dass die Tiere mehr Platz haben. Und bei den Schweinen gibt es, glaube ich, dass ich jetzt nichts Falsches sage, aber ich glaube bei Bio auch Auslauf vorgeschrieben. Also dass die ins Freie auch kommen und Kontakt zur Außenwelt quasi haben. Aber der Marktanteil von Bio-Schweinefleisch ist halt sehr gering, weil das tatsächlich Hausnummer, das Doppelte bis sogar das Dreifache, glaube ich, kostet an der Ladentäge. Und da hört sich dann bei vielen halt das Umweltbewusstsein und das Tierwohlbewusstsein wieder auf, wenn das einfach massiv mehr kostet. Das ist einmal das eine. Und das andere ist, es gibt mehrere wissenschaftliche Untersuchungen, die halt angeschaut haben, wie unterscheidet sich jetzt die Bio-Tierhaltung von der konventionellen Tierhaltung. Und klar ist, die Bio-Tiere haben mehr Platz und es gibt auch noch ein paar andere Unterschiede. Aber wenn man sich jetzt wirklich anschaut, geht es den Tieren gesundheitlich besser oder schlechter, dann kommt halt raus, dass die Frage, ob das jetzt Bio oder konventionell ist, gar nicht so entscheidend ist, sondern viel wichtiger ist, wie die Betriebsleiterin oder der Betriebsleiter den Betrieb managen. Man kann halt jeden Bauernhof und jeden Tierbestand sorgsam, umsichtig und intelligent managen oder man kann das halt schlampig und schlecht machen. Und die Frage ist halt viel entscheidender. Und deswegen kann man jetzt nicht sagen, dass ein Bio-Tier grundsätzlich glücklich erlebt. Es gibt so ein paar Tendenzen, dass das, was vielleicht eher so ist, aber also ein guter konventioneller Tierhalter ist für die Tiere mit Sicherheit besser als ein Bio-Tierhalter, der das nicht aus Überzeugung und mit sehr viel Engagement macht. Dazu gibt es ja eigentlich keine Möglichkeit, das irgendwie nachzuvollziehen, wenn ich im Geschäft stehe und die Riesenauswahl in der Fleischdecke vor mir habe zum Beispiel. Also ich denke, die Siegel, die es gibt, AMA-Ütte-Siegel und AMA-Bio-Siegel und die ganzen Bio-Verbände und so, das gibt schon eine gewisse Sicherheit, weil die natürlich auch immer kontrolliert werden und so weiter. Aber ja, also hundertprozentige Sicherheit gibt es natürlich in dem Sinn nirgendwo. Aber also ich kaufe halt einfach, wenn ich Fleisch kaufe, schaue ich, dass es halt auf jeden Fall aus österreichischer Produktion kommt und dass ich im Kühlschrank möglichst nichts davon kaputt gehen lasse, weil das ist eigentlich so für mich noch viel entscheidender, wie die Frage, ob es jetzt Bio ist oder nicht. Bio ist da nicht das Glückseligmachende allein und was natürlich auch noch mit dazu kommt, wenn wir jetzt das Thema Klima mit reinholen, dann ist es ja so, dass die Bio-Tiere länger leben. Also Bio-Huhn lebt, glaube ich, rund 60 Tage, konventionelles Huhn 30 Tage, Masthuhn jetzt. Dadurch fressen die halt auch mehr Futter, sie brauchen länger, bis sie ein gewisses Gewicht erreicht haben und deswegen haben die eigentlich, haben die Bio, haben das Bio-Fleisch einen höheren CO2-Fußabdruck, weil es mehr Futter verbraucht und dadurch auch mehr Landflächen in Anspruch nimmt, auf denen man, wenn man dort jetzt kein Futter anbauen würde, vielleicht einen Wald wachsen lassen könnte oder eine Wiese, die viel mehr CO2 speichert, Kohlenstoff speichert als jeder Acker. Also da gibt es auch wieder gewisse Zielkonflikte, wie das wirklich bei fast jeder Frage in der Landwirtschaft ist. Komme ich einem Ziel näher, entferne ich mich von einem anderen Ziel. Das kann man fast als Grundaussage hinnehmen und deswegen kommt es einfach immer auf eine Abwägung aus und deswegen muss ich einfach immer versuchen, das Gesamtbild anzuschauen, das oft sehr kompliziert ist und sehr vielschichtig und wo es oft keine einfachen Lösungen gibt. Und deswegen sage ich auch immer, ich würde immer allen sehr misstrauern, die mit so ganz einfachen Lösungen daherkommen und sagen, das ist richtig, das ist falsch, weil da wird meistens sehr viel außer Acht gelassen bei solchen Aussagen. Das ist das klassische Problem mit einfachen Lösungen, dass sie oft einfach nicht stimmen. Oft, meistens stimmen sie nicht. Ich will gar nicht sagen immer, aber meistens stimmen sie nicht. Aber wenn ich jetzt als Konsument quasi das noch nicht wissend davon ausgehe, ich will mir Essen bio, ich will es regional und ich will es umwandschonend und in Österreich will ich es wahrscheinlich auch noch Gentechnik frei haben. Wie begegnest du der Leute jetzt quasi im Alltag, jetzt außerhalb deiner journalistischen Arbeit, die einfach nur nicht wissen, dass du da Experte bist? Wie erklärst du, dass das einfach schwierig ist? Und kommst du damit durch oder stoßt du da eher auf Widerstand? Hm, gute Frage. Meine spontane Antwort wäre jetzt, ich war jetzt in den letzten zwei Jahren, dadurch, dass ich das Buch geschrieben habe, dadurch, dass Corona war und so weiter, gar nicht so sehr viel untermenscht. Keine Instaktion. Und habe gar nicht so arg viele Diskussionen gehabt und in meinem Berufsalltag bin ich ja mit Leuten konfrontiert, die auch wissend sind und die sich mit den Themen beschäftigen. Aber ja, sonst versuche ich halt, ich versuche halt einfach immer dann da einzuhaken, wo gerade was besprochen wird und halt immer das Aber zu nennen. Also wenn dann gewisse Aussagen kommen, dann versuche ich halt den Aspekt, der da jetzt außer Acht gelassen wurde, ein bisschen zu beleuchten. Und ja, damit kann man schon auf Gehör stoßen. Schwieriger ist es dann so in Social Media und so, wo man halt dann doch meistens nur die erreicht, die eh schon so ein bisschen gleich ticken und die, die halt ein ganz verfestigtes Weltbild haben, die erreicht man dann halt meistens nicht so gut. Aber das ist ja auch ein generelles Dilemma. Ja, beziehungsweise die Frage ist ja natürlich auch, in welchem Medium. Also ich nenne es auf Facebook, Instagram, andersweise auf Twitter, wo man dir ja sehr bewusst folgen kann, auch für die Dissenting-Opinion. Gibt es da irgendwelche Gruppen, die dir besonders auffallen jetzt in Richtung, wie du willst, aber Gentechnik, Landwirtschaft, was auch immer für Themen. Wer fällt da da auf im Diskurs? Meinst du jetzt negativ oder generell? Ja, gerne auch positiv, aber kann man das überhaupt vielleicht so festmachen, weil du gesagt hast, verschiedene Gruppen sind da nur für die eigene Meinung zulässig. Ich denke da jetzt zum Beispiel stark an die deutschen Grünen im Vergleich zu die österreichischen Grünen, weil mir die da doch sehr viel ideologischer nochmal vorkommen. Aber vielleicht hast du da einfach Beispiele von Gruppen, die da besonders auffällig sind in dem Diskurs. Also ich sage es mal so, es gibt wie immer auf beiden Seiten Hardliner. Es gibt Leute aus dem Bereich konventionelle Landwirtschaft, die auch jede Art von Fleischkonsum verteidigen, die halt mehr oder weniger sagen, alles passt und wir müssen nichts verändern. Wobei ich behaupte, dass das eine kleine Gruppe ist. Also den meisten ist doch schon sehr bewusst, dass sich Dinge ändern und dass sie sich auch weiter ändern müssen und dass man an verschiedenen Schrauben drehen muss. Auf der anderen Seite gibt es die Hardliner, die halt eben das, was ich vorhin gesagt habe, die sagen, Bio ist das einzig Wahre, Gentechnik ist das Teufels und Pestizide und Kunstdünger sollen man am besten morgen abschaffen. Die Gruppe würde ich schon für größer halten, weil das halt eine populäre Meinung ist. Weil wenn man sich nicht intensiver damit auseinandersetzt, klingt das vielleicht erst einmal ganz gut. Und dann gibt es aber auch die interessante Gruppe natürlich der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und derer, die bei diesem Thema auch gern auf die Wissenschaft hören. Und dann wird es, das ist halt die Gruppe, würde ich sagen, die das Ganze versucht differenziert zu betrachten. Und weil du jetzt die Grünen angesprochen hast, also das ist insofern bei den deutschen Grünen sehr interessant, als dass dort in den vergangenen zwei, drei, vier Jahren durchaus Stimmen wahrnehmbar sind. Und zwar aus einer gar nicht so kleinen Gruppe innerhalb der deutschen Grünen, die sich sehr differenziert oder beziehungsweise auch positiv zur grünen Gentechnik, also zur Gentechnik in der Landwirtschaft äußern. Also zum Beispiel die ehemalige, oder die, ich weiß gar nicht, ob sie noch amtiert, grüne Wissenschaftsministerin aus Baden-Württemberg, Theresia Bauer, hat zum Beispiel in einem Spiegel-Gastbeitrag einmal gesagt, wir dürfen die Gentechnik nicht generell verteufeln, weil das einfach unwissenschaftlich ist und wir lassen da quasi mögliche positive Wirkungen aus. Und vielleicht einen Punkt noch, auf dem aktuellsten oder auf dem Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen, glaube ich, 2020, weil das hat auch einen Antrag, diese neuen Gentechnik-Methoden, die ja jetzt diskutiert werden, in gewisser Weise zu deregulieren, hat da mehr als ein Viertel der Stimmen bekommen. Der hat sich nicht durchgesetzt, der Antrag, aber immerhin, dass, ich glaube, 27 Prozent der Delegierten diesem Antrag zugestimmt haben, hätte ich jetzt vor fünf Jahren noch nicht für möglich gehalten. Also da tut sich einiges, da gibt es Bewegung innerhalb der Grünen und die wird es auch irgendwann bei den österreichischen Grünen geben. Die Frage ist halt, ob das jetzt noch drei oder fünf oder sieben Jahre dauert, aber ich bin sicher, dass das irgendwann auch dort diskutiert wird. Vielleicht erklären wir nochmal die ZuhörerInnen, was grüne Gentechnik eigentlich ist, weil das hat ja auch viel mit Klischees zu tun und viel mit österreichisch gelernter Skepsis. Vielleicht magst du das einfach kurz beschreiben. Ja, kurz ist auch das Schwierige. Also Gentechnik ist halt eine Möglichkeit, wie man das Erbgut von Pflanzen verändern kann. Und da gibt es verschiedene Werkzeuge, die jetzt unter Gentechnik subsummiert werden. Vielleicht so gesagt, also mit der klassischen Gentechnik, die seit 1996 in den USA erstmals verwendet wurde, kommerziell, hat man halt immer ganz grob jetzt gesagt, die Eigenschaften von einer Pflanze bzw. deren Erbgut so verändert, dass man von einem anderen Organismus, also zum Beispiel von einem Bakterium, ein Gen genommen hat und in das Pflanzengenom eingebaut hat im Labor. Ja, also das war so die klassische Gentechnik. Inzwischen gibt es neue Gentechnikmethoden, zum Beispiel diese Genschere CRISPR-Cas, das ist so die meistdiskutierte. Mit der kann man Eigenschaften von Pflanzen verändern, auch ohne ein fremdes Gen mit einer bestimmten Eigenschaft da einzupflanzen, sondern einfach indem man in der DNA punktuelle Veränderungen macht. Die können teilweise Krankheitsresistenzen auslösen oder die Anfälligkeit für eine Krankheit weglöschen quasi, so dass man dann weniger Pflanzenschutzmittel beim Anbau von diesen Pflanzen braucht. Solche Veränderungen, die also ohne Fremdgehen auskommen, basieren auch bei der konventionellen Züchtung. Also schon immer, Menschen züchten ja seit 10.000 Jahren grob Pflanzen, indem sie auslesen und indem sie dann irgendwann seit vor 100 Jahren, seit Gregor Mendel, auch ganz gezielt zwei Linien miteinander kreuzen. Und in diesem Prozess entstehen auch immer natürliche Mutationen. Also Mutationen ist wieder die Veränderung im Erbgut. Und mit diesen neuen Gentechnikmethoden kann man das jetzt halt gezielt machen. Also man weiß jetzt da, was man tut und was man verändert. Im Gegensatz dazu war man halt bei dieser herkömmlichen Züchtung, wie sie seit 10.000 Jahren passiert, wo auch Mutationen auftreten, sehr, sehr viel mehr sogar, war man halt auf den Zufall angewiesen, dass da was Positives dabei rauskommt. Aber was sind jetzt eigentlich die Argumente dagegen? Weil bis jetzt klingt es, also sehr, zumindest, wie sage ich, handwerklich positiv. Also es hat einfach sehr viele praktische Vorteile. Sind die Bedenken dagegen rein ethisch, also eine ethische Diskussion, ob man Gott spielen darf oder so? Oder wie siehst du die Kritikerseite da? Naja, argumentiert wurde ja immer mit so einer latenten Gesundheitsgefahr. So nach dem Motto, man kann ja nicht absehen, ob diese Veränderung nicht im schlimmsten Fall dann das Totschlagargument immer Krebs auslöst. Das wurde vor Jahren noch sehr viel gespielt mit diesem Argument. Gibt es Hinweise für den Krebs? Nein. Ist vielleicht wichtig zu klären. Null. Okay. Also es ist, wissenschaftlich ist die Frage überhaupt keine Streitfrage mehr. Rein wissenschaftlich betrachtet, und das ist jetzt nicht eine Erfindung von mir, sondern das kann man zum Beispiel auf der Seite der Leopoldina, einer der renommiertesten Naturforscherakademien im deutschsprachigen Raum oder weltweit, kann man das alles nachlesen. Wissenschaftlich betrachtet ist Gentechnik einfach nur ein Werkzeug der Pflanzenzüchtung. Und das kein höheres Risiko für Gesundheit oder Umwelt mit sich bringt als jede andere Form der Pflanzenzüchtung. Was heißt das? Das heißt, natürlich könnte ich jetzt mit Gentechnik eine Pflanze züchten, die ein Allergen in sich birgt und wo jemand, der allergisch ist, gegen das halt einen gesundheitlichen Nachteil hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass das bei der Gentechnik, bei den neuen Formen der Gentechnik passiert, ist aber viel geringer wie bei den Züchtungsmethoden, die wir vor halt 30 oder 50 Jahren angewendet haben. Also da gibt es wissenschaftlich überhaupt keinen Streit darüber, wobei jetzt muss ich einen Einschub machen. Man findet natürlich immer zu jeder These einen Wissenschaftler oder auch gewisse Organisationen, die sich das Mäntelchen der Wissenschaft umhängen, die was anderes behaupten. Aber es geht ja immer um das, was ist eigentlich Mainstream-Wissenschaft. Also man wird auch beim Thema Klimawandel ein paar Wissenschaftler finden, die sagen, naja, also menschengemacht ist der nicht. Da gibt es keine, das ist nicht eindeutig geklärt. Und es gibt Organisationen, die diese ganzen Studien, die das sorgen, halt verbreiten und so weiter. Aber wir haben uns ja eigentlich beim Klimawandel darauf geeinigt, dass wir sozusagen auf die Mainstream-Wissenschaft hören, auf das, was tausende und abertausende Wissenschaftler sagen und nicht auf das, was zwei, drei, vier, fünf oder sieben Wissenschaftler sagen. Und genauso ist es aber bei der Gentechnik. Da gibt es einen überwältigenden Konsens, dass es kein höheres Risiko gibt durch die Gentechnik, sondern dass wir einfach, dass wir eigentlich davon profitieren können, wenn wir sie richtig einsetzen. Wobei der Unterschied jetzt quasi wäre zu dem, was du über den Klimawandel gesagt hast? Es gibt Leute, die wollen aktiv verhindern, dass wir an den Klimawandel unter Anführungszeichen glauben, obwohl er Fakt ist. Aber wer profitiert davon, wenn wir Gentechnik ablehnen? Naja, alle, die damit werben, dass sie ohne Gentechnik produzieren, könnte man jetzt sagen. Also die Angst vor der Gentechnik macht sich bemerkbar dort, wo die Leute bewusst zu Produkten greifen, wo halt draufsteht, keine Gentechnik. Oder ohne Gentechnik. Ja, aber der kleine, also der klischee-mäßige kleine lokale Bauer, der regional verkauft, ist jetzt eine andere Lobby als die, die in die USA Fake-Studien finanzieren. Also da ist ja die weniger Finanzmacht auch dahinter, oder? Also ich möchte jetzt da nicht irgendwie eine Branche schlecht reden, deswegen schicke ich jetzt auch voraus, jetzt geht es ums Thema Bio, weil Bio ja per se sich Gentechnikfreiheit auf die Fahndung geschrieben hat. Und deswegen möchte ich vorausschicken, dass generell die Biolandwirtschaft durchaus viele Vorteile mit sich bringt, weil ich zum Beispiel auf einem Bio-Feld in der Regel eine höhere Artenvielfalt habe, als auf einem konventionell beackerten. Aber wenn es ums Thema Gentechnikfreiheit geht, dann möchte ich durchaus schon sagen, dass die Bio-Branche natürlich schon gewisse Finanzmacht mitbringt. Also ich habe jetzt leider keine Zahlen im Kopf, aber wenn ich mir den Wert von Bio-Produkten anschaue, die europaweit oder österreichweit verkauft werden, dann kann man nicht sagen, dass da keine Interessen dahinter stehen. Und insofern gibt es vielleicht auch ein gewisses Interesse, die Angst oder die Bedenken gegenüber der Gentechnik aufrecht zu erhalten. Also generell finde ich halt, niemand ist frei von Interessen. Also jeder möchte, dass seine Thesen Gehör finden und jeder hat irgendeine Art von Interesse. Also auch Leute, die sich den reinen Umwelt- und Klimaschutz auf die Fahndung geschrieben haben, haben ja da wahrscheinlich einen Arbeitsplatz dort, wo sie diese Thesen verbreiten und wo sie arbeiten. Und jetzt mal ganz grob gesagt, wenn jetzt morgen alle Umweltprobleme gelöst wären, dann wäre auch dieser Arbeitsplatz weg. Also insofern gibt es immer ein gewisses Interesse. Ja, wobei man natürlich einen Unterschied macht inzwischen, nicht jedes Interesse ist ein Lobby. Und ich höre da jetzt nicht, bei dem hast du gerade gesagt, dass du im Hinterkopf die Fridays for Futures sagen, dass also gerade die, die halt nur in der Schule sind, die natürlich gar nicht davon profitieren, sondern die einfach ein echtes Interesse daran haben. Und die Frage ist eher, wie viel ist gesteuertes Interesse und hilft jetzt einer Industrie oder jemandem dabei Geld zu verdienen? Und wie viel ist jetzt einfach wirklich staatsbürgerliches Interesse, das sie irgendwie organisch zusammenfindet? Also sicher bei den Jugendlichen und Menschen, die für Fridays for Future auf die Straße gehen, würde ich zu 99 Prozent staatsbürgerliches Interesse vermuten, weil die sich tatsächlich um ihre Zukunft sorgen. Und es ist auch total berechtigt, dafür auf die Straße zu gehen. Und inwieweit das gesteuert ist oder nicht, das möchte ich auch überhaupt nicht beurteilen. Das weiß ich auch nicht. Aber natürlich gibt es trotzdem irgendwo einen Verbund aus Organisationen und der Politik, die zusammenarbeitet und die gewisse Interessen halt durchsetzen möchte. Und da gehört Gentechnikfreiheit sicher dazu. Es ist ja auch total legitim, für seine Interessen einzustehen. Ich finde auch immer mit dem Wort Lobbyismus, ja, ich denke immer, wenn es was Gutes ist, für das sich auch einstehen, dann ist es eine Interessengruppe und eine legitime Interessenvertretung. Wenn es was Böses sein soll, dann ist es eine Lobbygruppe. Also ich finde es auch immer ein bisschen, ich weiß nicht, ob uns diese Einteilung da immer so sehr viel weiterbringt, weil im Endeffekt soll es um die Sache gehen und nicht darum, wer was, warum vertritt. Aber natürlich muss man das auch immer im Auge behalten, ist eh klar. Das ist die Macht des Framings. Genau, ja. Speaking of Framing, vielleicht nur anschließend an das, was du über Gentechnik gesagt hast. Wir verwenden ja schon quasi gentechnische Verfahren in dem, was wir konsumieren, ohne zu wissen, dass da Gentechnik drin ist. Kannst du darüber mehr erklären? Ja, also das Wichtigste in der Hinsicht ist die sogenannte Mutagenese-Züchtung. Das sind Züchtungen, die seit den 60er Jahren ungefähr professionell gemacht werden, unter anderem in Seibersdorf bei Wien. Dort hat die internationale Atomenergiebehörde zusammen mit der Weltlandwirtschaftsorganisation FAO betreiben dort gemeinsame Laboratorien und dort wird diese Mutagenese-Züchtung gemacht. Was ist das? Da werden Samen oder Keimlinge, also junge Pflänzchen mit hohen oder mit höheren Dosen von ionisierender Strahlung, also in Anführungsstrichen Radioaktivität, bestrahlt oder mit Chemikalien behandelt, die in diesen Pflanzen zu einer sprunghaften Erhöhung von Mutationen führen. Also dort durch diese Radioaktivität gibt es ganz viele Mutationen, so wie auch durch Sonnenlicht und so weiter und durch andere Dinge. Und die meisten dieser Mutationen führen dann zu Pflanzen, die in irgendeiner Weise verkrüppelt sind oder unbrauchbar sind oder absterben. Aber durch Zufall gibt es hin und wieder auch ein Pflänzchen, das eine positive Eigenschaft, wie zum Beispiel eine Krankheitsresistenz oder mehr Ertrag oder bessere Ausnutzung von Wasser oder sowas in sich birgt. Und die wird dann weiter gezüchtet. Über normale Kreuzungszüchtung wird es dann in andere Sorten reingezüchtet. Und diese Mutagenese-Züchtung, also zum Beispiel Pasta oder Nudeln, die wir essen, sind im Prinzip 100 Prozent durch solche Mutagenese-Züchtung erzeugt. Per EU-Gesetzgebung ist das eindeutig als GVO, also als gentechnisch veränderter Organismus definiert, aber gleichzeitig ausgenommen von den strengen Regeln der klassischen Gentechnik, von der ich vorhin erzählt habe, wo man ein Fremdgen einbaut. Also die Mutagenese-Züchtung muss nicht gekennzeichnet werden, sie unterliegt keiner besonderen erhöhten Risikoprüfung, sondern wird ganz normal wie normale Sorten behandelt, die übrigens aber auch geprüft werden. Es wird manchmal so dargestellt, als würden herkömmliche Sorten nicht in irgendeiner Weise geprüft, was aber nicht stimmt. Also es kommt keine Sorte auf den Markt, egal welcher Züchtung, wo nicht die Inhaltsstoffe geprüft werden und ob da Allergene drin sind und so weiter und so fort. Also zurück zum Punkt, diese Mutagenese-Züchtungen unterliegen keinen besonderen Vorschriften. Die dürfen als ohne Gentechnik oder als Bio verkauft werden, ohne dass sich daran jemand stört. Also ich kann, und das mache ich auch gelegentlich, behaupten, biologisch erzeugte Produkte sind nicht gentechnikfrei und wird mir keiner widersprechen können. Also ich bin bis jetzt noch nicht geklagt worden für die Aussage. Man kann das auch bei der Leopoldina zum Beispiel wieder nachlesen. Nur es wird halt nicht gern darüber gesprochen, weil dadurch in der Kommunikation natürlich alles noch viel komplizierter wird. Wenn man einerseits sagt, okay, bin gentechnikfrei, was bei der klassischen Gentechnik stimmt, bin aber nicht gentechnikfrei, was zum Beispiel diese Mutagenese-Züchtung betrifft. Macht es halt alles kompliziert und nicht so leicht zu kommunizieren. Das Ganze fußt auf einer veralteten Gesetzgebung auf EU-Ebenen. Deswegen gibt es ja jetzt auch Bestrebungen, die zu modernisieren und die an den aktuellen Stand der Wissenschaft anzupassen, was auch viele, viele Vereinigungen aus der Wissenschaft und viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerne hätten, dass halt Pflanzensorten nach ihren Eigenschaften bewertet werden und nicht nach dem Werkzeug, mit dem sie gezüchtet wurden. Weil das wissenschaftlich einfach überhaupt keinen Sinn ergibt. Also gibt es mehrere Arten von dem, was eigentlich Gentechnik ist und wie wir damit umgehen. Das ist die Ausnahme. Es ist zwar Gentechnik, aber es ist in dem Fall was anderes. Ja, es gibt einfach mehrere Formen der Gentechnik. Es gibt diese klassische Gentechnik, wo ich ein Fremdgen einbauen muss. Dann gibt es diese Mutagenese-Züchtung mit Radioaktivität und Chemikalien, die Gentechnik ist, aber nicht als Gentechnik behandelt wird. Und dann gibt es diese neuen Gentechnik-Werkzeuge, die eigentlich ein bisschen funktionieren wie diese Mutagenese-Züchtungen, nur dass ich halt nicht tausende zufällige Mutationen erzeuge und mir dann die beste raussuche, sondern indem ich gleich eine Mutation mache, von der ich weiß, okay, wenn ich dieses Gen da um einen Buchstaben verändere, dann habe ich eine gewünschte Eigenschaft, die ich dann weiter züchten kann. Dann ist das die dritte Form dieser Gentechnik, mit der ich halt, was ist überhaupt der Vorteil von dem Ganzen? Vielleicht müssen wir das auch mal noch klären, warum züchte ich überhaupt? Ich könnte ja sagen, okay, wir haben ja jetzt genug Nutzpflanzen, warum müssen wir überhaupt weiter züchten? Weil natürlich sich die Umweltbedingungen ständig ändern. Also der Klimawandel schreitet voran, deswegen habe ich zum Beispiel ein verändertes Schädlingsspektrum, wo ich die Pflanzen wieder möglichst resistent machen will. Jetzt habe ich mit dem Thema Trockenheit zu kämpfen, wo ich im Idealfall Pflanzen bekomme, die besser mit Trockenheit umgehen. Und aber gleichzeitig ihre alten Eigenschaften, für die wir sie bisher angebaut haben, nicht verlieren. Das ist immer die Krux dabei. Eine Eigenschaft zu finden, ist oft gar nicht das Problem, weil ich irgendeine Wildpflanze vielleicht finde, einen wilden Verwandten von dieser Erdapfel oder von dem Weizen, der diese gewünschte Eigenschaft hat. Aber ich will diese Eigenschaft ja in meiner modernen Sorte haben, die mir gleichzeitig einen hohen Ertrag beschert und die gleichzeitig irgendwelche anderen positiven Eigenschaften hat. Das ist immer das Schwierige, die Kombination der Eigenschaften. Und deswegen, also es waren jetzt ein, zwei Gründe dafür, warum wir ständig Züchtung brauchen, weil wir ständig die Pflanzen eigentlich anpassen müssen an veränderte Umweltbedingungen, auch an veränderte Verbraucherwünsche. Jetzt wollen wir zum Beispiel mehr Soja in Österreich anbauen, was wir vor 50 Jahren noch fast gar nicht gemacht haben. Jetzt geht es darum, die Pflanzen noch besser anzupassen an Oberösterreich, Burgenland, Niederösterreich und so. Und da würden halt diese neuen Züchtungstechniken einen großen Vorteil bringen, weil die auch viel günstiger sind. Ich kann damit viel schneller was züchten als mit dieser klassischen Gentechnik von früher. Und ich könnte das auch mittelständischen Firmen zur Verfügung stellen, die auch Interesse daran haben. Also diese Mär, dass immer das die großen Agrarkonzerne sind, die dafür eintreten, also dass es nur diese sind, ist halt auch nicht richtig, weil gerade diese neuen Züchtungstechniken eigentlich die Chance bieten, dass auch die Firma aus Niederösterreich oder so das nutzen kann, weil es viel günstiger ist und damit auch Sorten für Österreich zu züchten, für die sich große Agrarkonzerne gar nicht interessieren, weil der Markt in Österreich viel zu klein ist. Das heißt, es gibt hier potenzielle Vorteile für Landwirte, für generell alle eigentlichen Lebensmittelsysteme, wenn man das so machen würde. Es scheint aber nicht so, als würde es in die Richtung gehen, zumindest for now. Wie glaubst du, wird sie die Landwirtschaft in Österreich, und ich weiß, das ist eine sehr offene Frage, aber entwickeln im Sinne von, geht es dann in die eher romantisierte Richtung von alles, Regional und Bio und Richtung Autarkie fast? Oder werden sie da eher unsere Meinungen an diese Wirklichkeiten anpassen und vielleicht, dass wir uns gegenüber der Gentechnik öffnen, dass wir vielleicht auch mehr in Richtung Globalisierung denken? Und mir kommt vor, das ist auch oft ein Unterschied, der in der Debatte ist, dass man die Lebensmittel immer von Österreich will, dass man sie von lokal kaufen will, alles autark, und Österreich kann sich selbst versorgen. Oder dass wir auf der anderen Seite die globalisierte Wirtschaft annehmen, inklusive Gentechnik, inklusive andere wissenschaftliche Erkenntnisse, die wir vielleicht noch nicht haben wollen. Wie siehst du das? Also zum einen glaube ich überhaupt nur, dass es ein Widerspruch ist, regional sich möglichst versorgen zu wollen und Gentechnik einzusetzen. Im Gegenteil, eben durch diese neuen und günstigeren Werkzeuge der Gentechnik hätte ich ja genau die Chance, die regionale Produktion zu erhöhen, indem ich die Sorten, die jetzt im Burgenland oder im Oberösterreich gut wachsen, verbessern kann. Also indem ich die an die regionalen Gegebenheiten anpasse. Zum Zweiten, also wenn ich mir überlege, vor drei Jahren hätte irgendjemand gesagt, es wird eine Zeit kommen, wo sich ein Großteil der Österreicherinnen und Österreicher Gentechnik unter die Haut spritzen lassen, ohne lang nachzufragen, dann hätte wahrscheinlich jeder gesagt, das wird sicher nie passieren. Dann kam Corona und dann kam plötzlich ein Leidensdruck, Impfstoffe zu verwenden und die sind heute fast alle in irgendeiner Form mit Gentechnikwerkzeugen hergestellt. Was ich damit sagen will, ist... Das muss ich jetzt kurz ausführen, weil ich glaube, genau die, die die Impfung ablehnen, sagen immer, dieser genbasierte Impfstoff, dieses Genexperiment und so weiter. Ja, ich will jetzt keine Leute vom Impfen abhalten, aber man muss dann schon auch dazu sagen, dass genau der Impfstoff, auf den sich die Gentechnikgegner dann gestürzt haben, zwar keine genetische Information in sich geborgen hat, so wie der bekannteste Impfstoff, aber trotzdem von gentechnisch veränderten Mottenzellen produziert worden ist. Also fast jedes Medikament, oder ein Großteil der Medikamente, die heute auf den Markt kommen, haben in irgendeiner Form irgendein Gentechnikprozess dahinter stehen. Das ist nur wichtig anzumerken, nicht, dass ich jetzt irgendwer in einem Halbsatz das höre und dann sage, ah, das ist ein gentechnik Impfstoff, Leute, lasst euch impfen. Genau. Zurück zum Punkt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich glaube, dass wir in ganz Europa über kurz oder lang uns der Gentechnik öffnen werden. Die Frage ist nur, wann merken wir als Gesellschaft, dass der Leidensdruck jetzt so hoch ist, dass wir alte Vorurteile endlich einmal hinterfragen. Ich bin kein Prophet, ich weiß nicht, ob das in einem Jahr passiert oder in zehn Jahren, aber eine aufgeklärte Gesellschaft, und ich hoffe, wir bleiben und werden noch aufgeklärter, als wir es jetzt sind, kann nicht eine Technologie ablehnen auf Basis von Argumenten, die einfach wissenschaftlich nicht erklärbar und nicht belegbar sind. Alle Argumente, die man gegen Gentechnik ins Feld führen kann, und da gibt es ein paar, die sozusagen einen berechtigten Kern haben, aber die haben nichts mit Gentechnik an sich zu tun, sondern immer mit der Eigenschaft, die da, oder mit der Art und Weise, wie das verwendet wurde. Ich sage mal ein Beispiel, wenn wir die Zeit noch haben. Ja, ja. Wir haben das gemeint. Also eine der ersten Eigenschaften, die mit Gentechnik gezüchtet wurden, war die sogenannte Herbizidresistenz. Da wurden Raps- oder Sojapflanzen so verändert, dass sie gegen das Herbizid, also den Unkrautvernichter Glyphosat, resistent wurden. Das hatte den Vorteil gebracht, aus agrarischer Sicht, dass man nur noch ein Unkrautvernichtungsmittel, und zwar ein relativ kostengünstiges, verwenden musste und hat damit gleich alle Unkräuter und Ungräser vom Feld beseitigen können. Das hat erstens mal die Kosten dann sehr stark reduziert für die Landwirte, aber das System war quasi so erfolgreich, dass die Landwirte das zu intensiv eingesetzt haben oder beziehungsweise zu häufig, weil immer, wenn ich immer nur einen Unkrautvernichter verwende und das über Jahre hinweg hintereinander, dann entstehen halt auch resistente Unkräuter. Und das hat dann wiederum dazu geführt, dass dann die Aufwandmengen von den Herbiziden wiederum gestiegen sind. Und das kann man natürlich berechtigterweise als negative Eigenschaft bewerten. Aber ich kann Herbizidresistenzen auch mit konventioneller Züchtung erzeugen. Es gibt sogar eine konventionell gezüchtete Herbizidresistenz, ich glaube jetzt bei Zuckerrüben, wenn ich mich nicht täusche. Das hat einfach nichts mit Gentechnik zu tun und trotzdem kann ich diese Eigenschaft damit herstellen. Also was ich damit sagen will, ist, die Kritik läuft häufig insofern ins Leere, als dass sie einfach nichts mit Gentechnik zu tun hat, sondern mit Nebenkriegsschauplätzen, sage ich mal. Und es kommt einfach immer darauf an, was ich damit mache. Und deswegen glaube ich halt, wenn, es ist ja erstaunlich, dass die gleichen Menschen, die sehr zu Recht sagen, Leute, wir müssen jetzt endlich ernsthaft was gegen den Klimawandel machen und sich dabei auf die Wissenschaft berufen, dass die gleichen Leute die Wissenschaft komplett in den Wind schlagen, wenn es um die Bewertung der Gentechnik in der Landwirtschaft geht. Es gibt aber den gleichen Konsens zu dieser Frage in der Wissenschaft. Und ich glaube halt, wenn der Leidensdruck erst einmal hoch genug wird, also dass wir, weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, was passiert und ich wünsche mir auch nichts herbei, aber wenn wir halt in der Welt uns umschauen und es gibt Nahrungsmittelknappheit, wir sind ja jetzt eh schon in dieser Diskussion wegen Ukraine, Krieg und so weiter, wenn dieser Leidensdruck immer größer wird, dann werden wir irgendwann auch nicht mehr umhinkommen, endlich die Wissenschaft halt nicht nur bei Corona und Klimawandel anzuwenden, sondern eben auch bei der Landwirtschaft. Und dann ist die Gentechnik nicht ein Allheilmittel, das alle Probleme löst, überhaupt nicht, aber halt ein wichtiger Baustein hin zu einer nachhaltigeren und noch besseren Landwirtschaft. Also müssen wir uns eigentlich damit abfinden, dass regional, bio, umweltfreundlich und gentechnikfrei irgendwann einmal nimmer gehen wird? Beziehungsweise schon jetzt nicht mehr geht durch die konventionelle? Also das würde ich jetzt so nicht sagen, weil natürlich werden wir hoffentlich auch in 20 Jahren noch eine regionale Lebensmittelproduktion haben. Also im Gegenteil, ich bin dafür, eine gestärkte regionale Lebensmittelproduktion zu haben und nicht hier die Produktion einzustellen und dann Lebensmittel im Ausland zu kaufen. Also umgekehrt bin ich auch nicht dafür, jetzt uns komplett abzuschotten. Ich will nicht darauf hinlassen, dass alle diese Dinge nicht gehen, sondern dass es ein Spannungsfeld ist und wie uns da einfach neue Ansätze, die vielleicht jetzt noch nicht so verankert sind im Bewusstsein, öffnen müssen. Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube einfach, dass generell wir weg müssen von diesem gegensätzlichen Denken. Also es kann nur regional bio nachhaltig sein und alles andere kann und gentechnikfrei kann. Also ich bin generell dafür, dass wir wegkommen von diesem Gegensatzdenken. Es ist halt nicht so, dass nachhaltig nur ist, was regional bio- und gentechnikfrei ist, sondern es gibt halt viele Mischformen. Es kann auch etwas nachhaltig sein, was mit Gentechnik erzeugt wurde oder was vielleicht aus Italien oder aus Spanien kommt. Es muss nicht deswegen weniger nachhaltig sein. Es kommt immer sehr darauf an. Also ich bin dafür, dass wir einfach wissenschaftliche Maßstäbe anlegen bei dem ganzen Thema und weniger Ideologie und Wunschdenken agieren lassen. Ich glaube, das ist eigentlich ein wunderschönes Schlusswort. Das ist sehr gut zusammenfasst, was wir besprochen haben. Danke, dass du da warst und vielleicht ich gebe dir jetzt einfach die Chance, dein Buch anzuteasern, damit man auch mehr darüber lesen kann. Weil wir uns jetzt in der Gentechnik-Ecke befunden, aber da steht ja auch noch mehr drinnen. Also vielleicht gebe ich dir einfach das Schlusswort mit, was eigentlich in Landverstand drin steht. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und ja, ich habe jetzt hier natürlich sehr viel kreuz und quer durchs Gemüsebeet argumentiert. In meinem Buch Landverstand habe ich das alles ein bisschen natürlich logisch aufeinander aufgebaut und strukturiert erklärt und versuche erst einmal zu erklären, was Landwirtschaft eigentlich ist. Das ist ja auch so ein bisschen ein Irrglauben, dass man Landwirtschaft quasi auf natürliche Art und Weise machen kann, weil Landwirtschaft natürlich immer ein gewisser Eingriff in die Natur ist. Also wenn ich jetzt nur in Österreich ein Feld hernehme, von Natur aus würde dort immer ein Wald in der Regel wachsen. Das heißt, ich habe immer einen Eingriff in die Natur. Und deswegen geht es darum, nicht mache ich einen Eingriff oder nicht, sondern wie gestalte ich den Eingriff. Und es geht natürlich dann ganz viel um Kunstdünger und Pestizide und auch Moore und wie sie wichtig sind für den Klimaschutz und um Artenvielfalt und um all diese Dinge. Bottom line ist quasi immer, das, was wir öffentlich diskutieren, ist ganz sicher nicht immer grundlegend falsch, aber es wird einfach sehr viel sehr verzerrt wiedergegeben. Und ich versuche einfach einen weiteren Blick und eine vielleicht neue Perspektive auf das Thema zu liefern, die halt bei vielen vielleicht noch nicht so da ist. Und dazu lade ich ein. Man muss da auch nicht alles teilen, aber ich versuche einfach da ein bisschen eine Diskussion anzuregen. Und ja, deswegen Landverstand kaufen bei Kremaier und Schere auch. Die unverschiebte Eigenwerbung. Ja, passt. Danke und danke, dass du da warst. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank.